Hallo liebe FCK Fans, es gibt schon wieder was zu gewinnen. Wir sind das erste Türchen und es gibt einen 250 Euro Gutschein von Noto Rheinland-Pfalz bei uns im Fanshop zu gewinnen. Und über unsere schönen Sachen, die wir anhaben, sagt uns Mo jetzt ein bisschen mehr. Einmal diesen schönen Hoodie, wir lassen dich nicht im Stich, den der Jay hier anhat und dieses T-Shirt kann man bei uns im Fanshop günstig erwerben und zudem machen wir noch ein Gewinnspiel, wo man die zwei Produkte gewinnen kann und wir wünschen euch frohe Weihnachten und bleibt gesund. Frohe Weihnachten.